So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ihr denkt doch nicht, dass ich euch wirklich ohne eine News noch in den 1. April starten lasse. Eigentlich wollte ich morgen meinen Senf zum Osterevent abgeben, was am Sonntag, dem 4. April startet, aber da ja jetzt morgen der 1. April ist, es ist jetzt gerade 21.16 Uhr, dann nehme ich fix das Video auf. Und da, also 31.03., 21.16 Uhr, und da das April-Event nur einen Tag läuft und direkt nur am 1. April ist, vielleicht ist es auch gar kein Event und ich verarschen euch nur, das wäre voll lustig. Nein, aber dieses Tricky-Pokémon-Event gab es ja letztes Jahr auch zum 1. April, diesmal geht das halt wirklich nur 24 Stunden einen ganzen Tag lang, das heißt direkt heute 0 Uhr geht das schon los bis wieder 0 Uhr. Also ihr habt nur den 1. April Zeit dafür. Und wenn ich das jetzt morgen irgendwann rausgehauen hätte, zusammen mit dem Osterevent als Infovideo, dann wäre ja der halbe Tag schon um, das halbe Event schon um, das wäre ja Quatsch. Übrigens habe ich gerade zwei Chili-Hotdogs gegessen und jetzt muss ich aufstoßen. Was ist das jetzt aber? Was erwartet uns? Haben wir da was Fettes? Haben wir nichts Fettes? Also bei Ramses im Video, das ist immer fett. Okay, Tricky-Pokémon-Event zum 1. April. Hier seht ihr ein Glibungel, heftig. Glibungel, an sich eigentlich cooles Pokémon, gibt es als Shiny. Shiny sieht verdammt genial aus, meiner Meinung nach, ich feiere Glibungel als Shiny. Da habe ich die Familie auch voll, dann gab es auch irgendwann Glibungel mit dieser umgedrehten Käppi, war auch richtig genial. Jetzt ist es wieder, weil es ein Tricky-Pokémon ist, ja, was sind Tricky-Pokémon? Keine Ahnung. Haben wir den Rückblick auf 2020, hier ist ein Artikel von GoGames. Letztes Jahr wurde Flunschlik, Flunschlik released, diese Bärenfalle sozusagen, und Shiny Mogelbaum eingeführt. Mogelbaum gab es erstmals als Shiny. Wer das noch nicht hat, gönnt euch auch richtig cooles Pokémon, dieses Cheerleader, und in Shiny sah das gut aus. Ditto kam vermehrt in der Wildnis auf, konnte dann Tarnpignong sein, vorher noch nicht. Dann konnte es plötzlich Tarnpignong, Tarnpignong sein, Tarnpignong? Egal, das war letztes Jahr. Was ist dieses Jahr? Dieses Jahr wirklich ein Tag lang. 1. April, 0 Uhr Ortszeit bis Ende, bis 1. April, 23.49 Uhr Ortszeit. Griffel, Glibungel, Felilu und weitere Pokémon erscheinen häufiger wild. Griffel, Glibungel gibt es Shiny, Felilu noch nicht. Wird sich auch, denke mal, jetzt am 1. April nicht ändern. Team Go Rocket verwendet während diesem Event ausschließlich Kryptogriffel. Gab's das bisher schon? Ich weiß es gar nicht. Kryptogriffel? Wer noch keinen Sat, gönnt euch also. Die Leute mögen Team Go Rocket. Ich weiß nicht, warum. Es gibt Leute, die sagen, Team Go Rocket ist übelster Mist. Ich mach keine Rocketkämpfe, keinen Bock darauf. Aber ich finde, die Mehrheit der Spieler liebt Krypto-Pokémon und kämpfe gegen Team Go Rocket. Die sammeln die Krypto-Pokémon und Krypto-Shinies und die kämpfen und kämpfen und kämpfen. Also, ich bin nicht ein Fan davon. Wenn da mal was ist, nehme ich mal was mit. Aber ich mache jetzt nicht ausschließlich Jagd darauf. Kryptogriffel. Weiß ich gerade nicht, ob das schon eigentlich drin war. Das könnt ihr mir bestimmt sagen. Schreibt es mal in die Kommentare. Ob es Kryptogriffel schon gab oder das jetzt fürs Event ist. Team Go Rocket tauft häufiger an Pokestops und in Ballons auf. Das ist doch schön, wenn da so ein Ballon fliegt. Verwechselt ihn nicht mit diesem Werbeballon, der irgendwo in bestimmten Regionen rumfliegt. Die zeitlich befristete Forschung mit Team Go Rocket beginnt am 1. April. Das ist was, was mir ein Rätsel aufgibt. Denn es sollte ja für jeden Monat jetzt wieder so eine Rocket-Spezialforschung kommen. Wo ihr einen Rocket-Radar verdienen könnt. Und konntet eben im letzten Monat, im März, Arctos bekommen. Krypto Arctos. Könnt jetzt im April Krypto Zapdos bekommen. Und könnt dann mit der nächsten Forschung im Mai Krypto Labados bekommen. Hier wird aber von einer zeitlich befristeten Forschung geredet. Das kann also eigentlich nicht unsere Spezialforschung sein. Oder wollt ihr mir sagen, den März hatte man komplett Zeit. Und jetzt im April setzen sie euch unter Druck. Und ihr habt nur eine bestimmte Zeit, um euren Super-Rocket-Radar zu bekommen. Um gegen Krypto Zapdos zu kämpfen. Warum dieser Unterschied? Oder ist das zusätzlich? In der Go-Battle-League ist der Countdown für den Wechsel halbiert. Haben heute schon ein paar davon berichtet. Waren die woanders? Oder gab es das jetzt vorher schon? Schnappschüsse für Überraschungen. Schnappschüsse, wer da noch was auf der Medaille braucht, kann das natürlich gerne machen. Ansonsten sind die Schnappschüsse eher uninteressant gewesen. Ditto erscheint im Event häufiger und tarnt sich als neue Pokémon. Ditto wird auch nach dem Event diese Tarnungen beibehalten. Also es fliegen ja immer mehr Ditto-Tarnungen raus. Paras zum Beispiel kann auch nicht mehr Ditto sein, weil es Paras dann als Shiny gibt. Kann man irgendwo Shiny Ditto bekommen? Wenn man das Event, den Kando-Tag mit dem Event-Ticket und so nicht hatte, ich denke mal nein. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Team GoRocket steht hier nochmal dabei. Die zeitlich begrenzte Forschung startet am 1. April 0 Uhr und dauert bis zum 8. April. Ihr habt da so 8 Tage. Um euch einen zusätzlichen Super-Rocket-Radar zu sichern. Also ist das nicht die April-Forschung, sondern zusätzlich, dann könntet ihr ja mit dem Super-Rocket-Radar vom letzten Monat ein Krypto-Zapdos bekommen. Mit dem von diesem Monat ein Krypto-Zapdos bekommen und mit diesem zusätzlichen noch ein Krypto-Zapdos, also 3 Stück. Oder liege ich komplett falsch? Ich weiß es nicht. Da steht zusätzlich. Dann habt ihr hier die Konda aufgelistet für Sierra, Alu und Cliff. Scheint auch dazu zu gehören. Wir können ja mal ganz kurz reingucken, was hier dasteht bei Sierra. Okay, Sierra hier, da sind die Pokémon dabei. Hinweis. Konda, Konda, Lucario an erster Stelle. Dann habt ihr meistens hier ein Kyokre als Wasserangreifer gegen das. Oder dann hier noch Eis oder hier ein... Wie ist das aufgebaut? Ich checke gar nichts. Und hier Despo da dabei. Lucario ist sowieso ein sehr gutes Pokémon gegen alle. Was haben wir bei Alu? Bei Alu zeigt es euch auch. Lucario. Ihr habt hier Kyokre dabei. Also die zwei werdet ihr sehr oft finden. Hier ist Stolos. Habe ich noch nie gesehen, dass man das für irgendwas überhaupt nimmt. Und auch nochmal Mammutel oder Mammude. Und bei Cliff. Oh. Da sieht es natürlich ganz anders aus. Da habt ihr ihr Rihonior. Ihr habt Metagross. Ihr habt Melmetal. Zekrom. Die meisten haben nicht mal Zekrom. Also von dem Punkt aus würde ich sagen, ist Cliff wohl der heftigste. Ja. Weil hier sehr viele legendäre oder heftige große Pokémon eingesetzt werden. Bei dem anderen. Das geht immer mal noch gemütlich. Was genau, wie, wo, werde ich euch aber in einem Video sowieso zeigen. Denn es gibt ja diese Forschung und ich werde morgen den Tag rumlaufen und werde diese Forschung machen, abschließen und werde euch zeigen, welche Konda ich benutzt habe gegen Sierra, gegen Cliff, gegen Alu und auch gegen Giovanni. Und dann morgen wohl schon mein Krypto Zapdos abholen, denke ich mal. Shiny Ditto. Ja. Steht nichts weiter dabei. Ist egal. Aber zu diesen Punkten, die wir haben, haben wir natürlich hier auf der pogefans.net-Seite noch ein bisschen was. Da steht nochmal das dabei. Da stehen die drei Pokémon. Äh. Ballons. Dings. Ein besonderes, unangekündigtes Pokémon erscheinen in Schnappschüssen. Das ist nämlich ein Unterschied zu der Seite davor. Da stand einfach nur Schnappschüsse für Überraschungen. Aber hier ein besonderes, unangekündigtes Pokémon. Ist das was, was wir noch gar nicht kennen? Was wir noch gar nicht hatten? Kegleon? Na, ich will nichts sagen. Man kann ja mal träumen. Was denkt ihr, was würde in den Schnappschüssen drin sein? Manche wissen es bestimmt schon, deswegen egal. Äh. Ditto erscheint häufiger neue Pokémon angekündigt, in die es sich verwandeln kann. Die werden die Liste anpassen. Wunderbar. Hier steht auch nochmal das dabei. Wobei man unter anderem ein Super-Rocket-Radar und andere Belohnungen erhält. Wenn man diesen Super-Rocket-Radar im April gegen Giovanni benutzt, erhält man Krypto Zapdos. Oder ist das doch einfach nur der? Wo ihr aber halt eine Woche Zeit habt, den zu kriegen und können den dann den ganzen April übereinsetzen. Ich verstehe es nicht, was die... Die Aufgaben sind, wo eh schon bekannt, die steht einfach da. Besiege sechs Team-Gorocket-Rüpel. Besiege ein Team-Gorocket-Boss. Fange fünf Krypto-Pokémon. Und dann kriegt ihr einen Super-Rocket-Radar. 100 Staub, 100 EP. Bam. Dann könnt ihr schon direkt gegen Giovanni kämpfen. Also es ist gar nicht nötig, alle drei Bosse zu besiegen. Es reicht, wenn ihr einen besiegt. Dann würde ich trotzdem sagen, wenn es alle drei gibt und Cliff am stärksten ist, werden wir wahrscheinlich unseren Cliff ranwagen. Cliff besiegen und danach Giovanni würde ich gerne mit ins Video packen. Also morgen gibt es Video, wie wir Cliff und Giovanni besiegen und uns unser Krypto Zapdos abholen. Ist dann auch das dritte, was man hat. Also eher keine Ahnung. Wie findet ihr das? 1. April? Event. Nichts Neues angekündigt in dem Sinne. Außer vielleicht Krypto-Griffel. Außer das gab es auch schon. Da müsst ihr mir ja auf die Sprünge helfen. Ansonsten finde ich es schön, dass man jetzt so gediegen sein Rocket-Radar hinterhergeworfen bekommt. Stell mir aber trotzdem die Frage, war das dann schon alles? Normalerweise gingen diese Spezialforschungen von Team-Gorocket viel, viel länger. Und du musstest alle drei Bosse besiegen. Das sieht aus wie eine kleine, befristete zusätzliche. Zusätzliche, aber doch nicht wie die eigentliche. Schreibt ihr mal rein, was ihr denkt. Ist das zusätzlich wirklich nur oder ist das für den ganzen April das, wie ihr an euren Radar rankommt, um euer Zapdos zu bekommen? Hauptsache ihr habt überhaupt die Chance an Zapdos zu kommen. Zapdos sowieso. Team Gelb, Wappentier, Beste. Hab leider jetzt schon 100er Zapdos. Aber gut, muss ich wenigstens keins erlösen. Könnt ihr vielleicht einen Krypto-Zapdos mal hochpushen? Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir werden das Video jetzt noch schnell raushauen und schreibt mal einen schönen Kommentar drunter, worauf ihr euch freut, wie ihr das findet oder ob ihr ein bisschen enttäuscht seid. Aber wenn gar nichts kommen würde, hättet ihr auch nichts. Also freut euch über die Sachen, die da sind. Ich bin jetzt raus, werde gleich Wrestling schauen. Jetzt ist 21.27 Uhr. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses.